So, willkommen zurück hier. Wir haben uns gerade einen schönen Tropenbaum setzt. Was? Tropenbaum setzt. Hey cool, war sogar richtig besorgen. Wir wollen jetzt mal pflanzen. Ich würde mal sagen, genau in die Mitte von unserem Areal. Das ist doch hier, ne? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ups. Ach, scheiße. Ist doch ne Kacke, du. Ja, Hammer. Super, toll. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ähm. Wir sind wieder bei diesen Mitte. 1, 2, 1, ach, scheiße. Hammer. Hammer. Kommt hier so hin. Und der kriegt einen Namen. Der heißt jetzt... So, wenn ich jetzt noch einen Namen hätte. Der heilige auf jeden Fall. Der heilige... Der heilige Baum. So. Das ist jetzt unser heiliger Baum. Und ein Glücks... Ein Glücksbringer. Ein Glücksbringer für immer. Ha. Ja, das ist jetzt ein Datum hier. Ein Zeitpunkt, der in die Geschichte eingehen wird. Ich glaube, das gibt ein Problem mit dem Wachsen, ne? Das Gefühl habe ich nämlich gerade. Ja, was ich für ein Gefühl habe, interessiert er wohl sowieso keinen. Aber... Ach, hey. Halt. Hey, cool, wir haben noch... Bin ich überhaupt blöd? Der heilige Baum. Hallo. Das ist doch der Tropenbaum. Dieses... Dieses... Wirkenteil da. 1, 2, 3, 4, boom. Ach so, was hält... Ne. Schlafen wir eigentlich auch gar nicht mal so doof? Ich frage mich doch schon, wenn der heilige da hochwächst. Da. Der heilige Baum. Ja, wir haben jetzt schon so ein paar Maskottchen hier neben Peter, der heilige Baum. Und da muss ich jetzt mein Kanallogo sofort ändern. Und da muss der Baum abgebildet sein. Das wird wie so eine Art Überraschung, wenn der heilige hier hochwächst. Ach, ja. Setzlinge haben wir natürlich jetzt keine... Ach, halt. Ja, halt. In der Kiste müssen wir noch welches sein, aber... Wetten, da sind nicht die drin, die wir brauchen? Ja, doch. Halt. Äh. Ich hab schon genug, wenn ich jetzt da auch nochmal 7 einstecke. Das wird unser Park hier vorne. Das habe ich mir, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, ich hab's ja erst doppelt. 1, 2, 3, 4. Dann kommt jetzt hier so ein Teil nochmal hin. 1, 2, 3, 4. Ja. 1, 2, 3, 4. Äh. 1, 2, 3, 4. Äh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Äh. Machen wir das mal so. Dann ist hier auch einer. Ich denke mal, das ist mal schön pflanzt hier vorne. Boah, Hammer, aber ich freu mich schon, wenn der Heilige hier hochwächst. Slaps haben wir, du, das ist schon super. Da können wir ja schon mal die Bank hinhauen. Die Bank am Heiligen. Besuchen Sie die Tim Town. Ey, das ist ja nicht Tim Town. Wie heißt das jetzt? Das ist ja der Display Town oder wat? Ach, keine Ahnung, wie das heißen soll. Ah. Wer kennt dieses Lied nicht? Jetzt sagt mir nicht, er kennt das nicht. Ja? Sonst werde ich ja gleich aggressiv. Wie ging denn nochmal? Schilder? Äh. Äh. Ja. Äh. Ach, halt. Wisst ihr, wie blöd ich eigentlich bin? Ey, kein Kommentar bitte dazu jetzt, ey? Ich möchte mich jetzt keine Antwort dazu hören. Sonst kriege ich ja gleich den totalen Affen. Äh. Hm. Die Trapboard, die brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen ja vier. Deswegen muss ich ihn nochmal machen, obwohl wir dann mit zwei zu fliegen haben. Naja. Also wenn der Heilige hier hochwächst, halten wir brauchen doch mehr, oder? Wir brauchen ja nicht nur zwei pro Bank. Ich bin der Sohn Horst, du. Eins, zwei, drei, vier. Ich bin vorsichtig, wenn die Bäume gleich hochwachsen. Nachher stecke ich den Baum fest, wenn der gerade hochwächst. Na, das wäre nicht so optimal. Äh. Ich würde sagen, Inventar sollten wir auch irgendwie mal leeren. Ach, du Scheiß. Weg. Würde ich sagen, müsste mal drehend geleert werden. Aber nicht dringend. Das, äh, eskaliert nämlich sonst gleich. So. Man kann ja eventuell nur so einen kleinen Springbrunnen hinmachen, irgendwie, oder? Ja. Joa. Ich hab auch eine Idee. Doch, die Idee ist super. Dann wird das richtig schön da. Äh. Also, die Idee finde ich gerade noch super, aber das wird sich gleich ändern, so wie ich mich kenne. Ach so, die ganze Kacke wollen wir auch mal in Trümpeln. Komm, die Wolle. Ach du Scheiß, ist das Ding hier voll rübergewachsen, weil das nicht passiert. Oh. Sieht auch tropisch aus, wenn das so aussieht. Hm. Hm. Ich lasse das mal wachsen, wenn es so schön aus aussieht, wenn es hier direkt dran mündet. Dann machen wir es weg. Aber das geht ja noch. Äh. So. Ach so, hab jetzt zufällig keinen Platz, du. Ach man. Komm, hier. Fehlt das Essen erst mal weg. Äh. 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 Halt. Das ist falsch. Mann, Mann, Mann. Tim, du verkackst dir gerade auch wieder dran. Total, du. Äh. Oh. Äh. So. Tim kriegt hier nichts mehr auf die Reihe, du. Der ist unfähig. Mann. Äh, wie geht das so? Na, es da ist, dann geht das gar nicht. Ne, es geht nicht. Muss ja im Prinzip noch ein mehr sein. So, genau. Oh, so geht das an. Scheiße, in der Mitte hier, so genau, ja. Äh, super, ganz toll gekriegt. Halt immer noch falsch. Irgendwie muss noch ein größer sein. Fünf mal, ja, fünf mal fünf, muss der Kram sein. Äh, da seht ihr mal, wie viel ich noch hinkrieg so in meinem Alter hier, ne? Äh, zwei, drei, vier, fünf, zwei, drei, vier, ne? Hallo? Ach, jetzt stehe ich den Baum fest hier. So. Mann. Der Baum muss aber auch schön gemacht werden hier. Was soll ich aus dem Baum? So ein Kakaos hier, das geht gar nicht. Muss leider so gemacht werden. Hier geht's aber, die schläf's aus. Ah, das, das wird schön. Mann, Mann, Mann. Äh. Ach so, immer noch nicht die Wolle aus dir, der Tim. Wollte ich, wollte ich machen, dann hab ich das gesehen, dann bin ich erstmal rausgegangen. Guck. Ja, das ist jetzt, wie geht's. Da, halt. Nahrung, 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 Nahrung. So. Pflasterstein brauchen wir auch nicht. Also, die Zeit. Ah. Ich bin grad total wiener, ne? So. Äh. Ja, das brauchen wir noch. Ach, Mensch. Beispiel in der Uhr. Lass, wer Placeier! M 낮 Prächtige. Så, auch, jung. Tja, ja.